Okay, let's go. Das wird der Win, Leute. Komm, das wird der Erste. Ich dachte mir, ich hole mir jetzt nach den zwei... Ich habe wirklich die ersten zwei Games mit meinem Team 0,20 gegangen. Und dann dachte ich mir, ich brauche jetzt ein Confidence Boost, hol die Akali. Ich hole 29 Kills und verliere. Ich habe 1200 AP. Es sind auch viele Bots. Also ich habe so viele, dass manche Leute auch einfach Bots sind, ne? Naja, jetzt holen wir uns Wins, ne? Jetzt haben die Akali gebannt, Alter. Ich kriege es kotzen. Also ich habe vier Champs durch und habe sieben Games gespielt. Also ich habe auch schon Loses einfach, weil ich die Champs aber auch nicht kannte. Also ich habe sie erst die Haken genommen, halt. Wir kommen in Lowelo und jetzt sag noch mal, man kommt hoch, wenn man gut ist. Stimmt, Mann. Ich werde niemals aus Gold rauskommen. Tut mir leid, Mann. So viele eigentlich LEC-Spieler, die hier in Gold spielen, kommt einfach nicht raus wegen ihren Mates. Oh, Mann. So, ich spiele jetzt Ari. Was spielst du? Ich spiele jetzt Alistar. Ich muss into Blind Pick. First Pick Raum muss ich jetzt leider Alistar picken, weil wir A bis Z machen. Das tut schon weh. So, ich darf jetzt gegen Nico als Ari. Ich spiele jetzt einfach TP. Ich spiele einfach safe. Du brauchst, ja, das habe ich auch schon festgestellt, du brauchst eine Engelsgeduld. Ja. Du darfst auch nicht das Game selber mitspielen, weil wenn du selbst ein Play machst, ich habe gerade in Platin 4 einen Botlane-Dive probiert. Ja, das ist ja, da kann man dir einen Vogel zeigen für. Nein, ich wollte den Tech-Speed mitnehmen. Scheiße. Ich komme mit Ari last time, denke ich, klar. Gut, Wogi, dann lasse ich dich mal in dein Game, ne? Ich gehe ins vierte und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht meinen ersten Win hier holen. Bis gleich. Jo. So, Freunde, jetzt holen wir uns den ersten Ari-Win. Okay, Freunde, gegen Nico. Stell ich mir auch schon wieder absolut scheiße vor. Ich darf gegen Gangplank. Ne, das ist einfach nur Nico. Ne, doch, es war gegen Plank. Schauen wir mal, wie die erste Ari-Game jetzt hier wird. Ziel ist es, erste Wave für jeden CS zu bekommen, Leute. Das ist mein Mini-Ziel. Wir setzen uns jetzt einfach kleine Ziele. Es geht gar nicht darum, das Game zu gewinnen. Einfach nur kleine Ziele. Perfekt. Ziel erreicht. Fühlt sich gut an. Das zweite Wave haben wir nicht drüber geredet, Leute, ne? Okay, läuft schon mal besser als das erste Game mit Ari, die du hast jetzt hier. Haben wir! Shyvana! Genau da, wo sie sein muss. Schön. Ich finde irgendwie, Ari fühlt sich early voll clunky an. Weiß nicht. Ach, CS vorne. Und ein Assist. Wer will mich noch aufhalten? Mich lächelt so ein Botlane-Gank an nach dem Wave-Push. Dann gucken wir, was hier unten geht. Jungs, ich bin da. Let's kill the Senna. Die Krabbe kannst du ja auch die Wave hier annehmen. Dann hast du ein bisschen mehr Gold. Okay. Let's go, Ari Prodigy. Road to 30 Kids. Aber auch interessantes Play von der Lilia, muss ich sagen, an der Stelle. Okay. Let's go. Das wird der Win, Leute. Komm, das wird der Erste. Jetzt macht's Bock. Wenn du so ein bisschen Items als Ari hast und die Waves One-Shot ist, dann ist geil. Oh, sind da oben los. Ach, scheiß drauf. Weißt du was? Auch ein Learning. Never move einfach. Einfach für meinen Lanespielen. Fall dann weiter auf den Turm ein. Geiler, der mit schmeckt. Er hat da. Er hat da. Second Max W oder E, Leute? Schon W, oder? Niko wird aber auch hart gegrieft, muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Oh, nein. Das war ein Freakish. Scheiße. Egg Plating. Wollte grad sagen. Da, du kleiner Bastist. Aber, aber, Bassist. Drake abgeben ist nicht so schön. Ich hab die Pia. Ich verschein einfach weiter rein jetzt hier. Junge. Die Gangs von der Lilia sind es wirklich gar nicht. Vielleicht revidiere ich meine Aussage, dass sie mir auf den Sack geht auch nochmal. Also, sie gibt mir irgendwie mal Free Gold. So, Farm geht eigentlich fit. 130, 115 Minuten. Not too bad. Ach, du Scheiße. Äh, Soraka? Ich sollte wahrscheinlich mal Sideline helfen, ne? Da so ein Kill abholen vielleicht, wäre nicht schlecht. Ja, gönn dir meinen Kill, du Arsch. Wenn du mich mit als CS und dein Turm. Oh, shit. Ach, komm. Na gut. Dann nehmt mich halt. Ich bin nur extrem gefiedert, ne? Okay. Die Damage-Shet check ich jetzt einfach. Sieht gut aus, Leute. Ich will es nicht jinxen, aber es sieht sehr gut aus. Alles, nehmen wir. Nein. Der Ult Kino ist schon echt gering, ey, mit Malignance. Scheiße, wir müssen Barren machen, Leute. Jetzt haben die Gegner da Barren, ne? Bei Drake gehen. Die Ult war nicht so nötig von mir, ne? Uiuiuiuiui. Macht der ein Damage. Irgendwie finde ich, Ari hat sau wenig Damage. Wenn ich mit Akali hier so, also 12-3 stehen würde, würde ich alles, wüsste ich, wir können alles one-shotten. Aber hier irgendwie, du hast halt einen kleinen Burst und danach hast du nichts mehr gefühlt. Kriegst du auch nix. Was? Ich habe hier alles getroffen auf Gang-Blick, das darf ich mir hier nicht erzählen. Ach man, Jungs. Wenn wir jetzt hier spielen, die Overstay noch safe. Ja und? Geht's dir gut? Na, da war schon ein bisschen Damage. Ich weiß nicht, ob die mich da ultiht, hä? Boah, Juge, die Lilia. Aber seht ihr, ich mache dem keinen Damage, Alter. Da war ja nichts, alles getroffen und der ist auf 30%. Oh nein, warum faltet ihr da? Scheiße, der TP ist es nicht. Da habe ich leider einen ein bisschen geintet, aber reicht. Ein Break. Mein Damage am Turm ist aber mittlerweile ganz lecker, ne? Guck mal, EQ und der ist nicht mal auf 60%. Das ist schon crazy wenig Damage. Eieieiei, Hände gebrochen, Freunde. Die war gut, Ausführung mangelhaft, würde ich sagen. Das ist ein absoluter Terrible Nash. Also wirklich, schlechter geht nicht. Okay, sieht doch nicht schlecht aus hier. Ja. Okay, das war auch sehr weird von der Senna. Ach, Korben. Okay, so schlecht ist der, der ist schon nicht. So, Late Game macht die schon Spaß, der Champ. Sag ich, wie es ist. Wir haben noch keinen Einsatz festgelegt, Daniel. Vielleicht machen wir das nochmal gucken. Hoffentlich noch ein bisschen mehr Spice reinbringen. Komm, bitte lass mich jetzt gewinnen. Ich will einen Champ, wie ich es schon mal abhaken. Uiuiuiui. Uuuhu. Ich habe mich leider dumm catchen lassen. Habe ich das Game verloren? Oh shit. Oh shit. Oh shit. War mal ein bisschen zu cocky, leider. Okay, das war eine Menge Damage. Hallo. Ja. Leute, es sieht gut aus. End the Game. Ist das der erste Ames Z-Win? Alles muss man selber machen, wa? Ne. Bin mit aufs Foto. Da ist es. Da ist es. Geil, Leute. Der erste Win im vierten Game. Das gibt es doch gar nicht. Geil. Mein erster Win, Freunde. Okay. AG ist abgehakt. Wie viele Champs fehlen jetzt noch? 160 oder so. Ist ja nicht viel. Ne, ist eigentlich... Schaffen wir heute noch, ne? Ich war schon. pel Ring. refundcard. Deineom hat krass. вродеfront- treff,